Ja, hallo. Wir sind nach unserem Match gestern direkt ins Hotel gegangen, haben uns dann dort eine Pizza bestellt. Die war eigentlich nicht so lecker. Und dann haben wir uns noch bei der Tankstelle Zickzacko gemütliche Runde gemacht. Der Solek und der Crystal sind dann noch mit den Mädels, mit der Kim, mit der Lisa und mit der Helen. Sehen die dann, wo seid ihr denn? Wir müssen noch mal entfekte Vereinsheim, haben da noch mal kurz gechillt. Dann haben die Mädels noch mal die entfekte Spiele auf die Folge mitzukommen. Die meinten, die bis um 5 Uhr holen noch irgendwo. Die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen müh sein. Danach sind wir dann zurück und haben dann auch viel Spaß. Ja, und jetzt sind wir heute hier. War wieder schönes Wetter, war ein bisschen warm drin. Schwitzt man ziemlich viel, wenn man dann auf der Bühne ist. Es geht heute gegen Tagertief. Meiner ist, ach, das sind gute Spieler, ne? Wird auf jeden Fall ein cooles Finale. Ja, weil es sind einfach Freunde von uns, also es macht Spaß gegen sie zu spielen. Auch wenn wir verlieren, also denen gönnen wir es auch. Weil die einfach Menschen nicht schlecht sind. Und die sind ja auch nicht schlecht, spielen ja auch schon lange zusammen. Auf jeden Fall gibt es heute nur Gewinner, kein Verlierer. Aber dennoch wollen wir gewinnen. Ja, was können wir noch sagen? Ich bin nicht müde. Er ist nicht müde, oder? Ich hoffe, ihr schaut uns zu. Ja.